Ich finde diese Kameraführung gerade mega awesome. Obwohl ich die Kamera für 2 Minuten allein gelassen habe, drehe ich die Kamera, das finde ich echt geil. Auf jeden Fall, willkommen zurück zu Scarlet Nexus. Habe ich mal erwähnt, dass die Kleidung von Newtour immer noch richtig geil aussieht? Wisst ihr, was das Tolle ist? Das wollte ich dir einfach erzählen. Bald werde ich genauso aussehen. Und das liegt einfach daran, dass ich mir tatsächlich beschlossen habe, das Cosplay selber dazu zu organisieren. Ja, es gibt sogar ein Cosplay zu holen und ich werde dafür wirklich viel Geld in die Hand nehmen müssen, aber ich habe es schon vor zu kaufen. Es ist schon alles schon bereits ins Rollen gebracht worden. Und naja, wer es gerne mal sehen möchte, das geile Cosplay. Dem kann ich anraten, auf die Deko nächstes Jahr in Dresden zu kommen. Vielleicht auf mancher Comic-Con. Da ist es wahrscheinlich auch hoch, dass ich das tragen werde. Da könnt ihr mich gerne mit dem Ding sehen, glaubt mir. Auf der Comic-Con kann ich sogar, glaube ich, auch dann das Schwert mit einstecken. Weil die haben halt, sag mal, die besseren Regeln, was Waffen angeht. Das muss man einfach mal dazu sagen. Es ist wirklich so. Was die Regeln angeht hier für Cosplay-Waffen, ist die machen Comic-Con echt die beste von allen. Weil die anderen ist so scheißstreng, da überhaupt da mit den Dingen reinzukommen, ist fast unmöglich. Aber hier geht's. Und ich würde sagen, gehen wir rein. Hier erwartet uns doch irgendetwas. Oh mein Gott. Angriff mit Spezialobjekten, okay. Halt die Tee gedrückt, um deine P-Kernzeige zu lernen, um mit Spezialobjekten anzugreifen. Glaub mal, es gibt dem... ...schau ein, okay. Angriff zu steuern, okay. Gut, versuch's mal. Probieren wir's mal aus. Los geht's. So, verrecke. Alter, das war nicht schlecht. Und verreckt. Uuuuh. Alter. So, und? Ah, kann ich nochmal machen? Gut, meinetwegen. Ist mir auch egal. Oh. Echt? Der Muskel hat's getroppt? Oh mein Gott. Du bist da, Alter. Oh, nee. Du gehst ja rein, Kiefer. Alter. Uuuuh. Alter, der hat's daneben gezielt. So, und verrecke. Boah, Alter. Den hab ich so... Den hab ich gegeben. Was? Der lebt immer noch. Dann gibt's ja jetzt die Combo, Alter. Ihr nehmt die Combo. In the face, bitch. Ha, ha. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Ich weiß, ne. Ich würd sagen, wir machen kurz mal die Karte auf. Wir müssen weiter. Wir müssen da zum Ziel, okay? Aber das sind immer noch ein paar Wege, die wir gehen könnten. Ist da noch irgendwas versteckt? Irgendwelche Secrets? Ich kenne, dass hier gar nichts mehr ist. Das wär... Ist denn nirgends? Looks like there's a resource nearby. A resource is nearby, okay. Here we go! Tuck! Ah. Danke für die Resource, aber... Brauch ich nicht. Ich bin voll! Na gut, gehen wir nach oben. Gehen wir nach oben. Ich find's wieder kalt, sowieso praktisch. Gehen wir nach oben. Don't say that out loud. Kagero is a believer. He was even a priest at one time. What? That guy is a priest? Hey, you do realize I can hear you, right? Don't forget. Our platoon's headsets are all connected. Sorry. Ah, don't worry about it. My parents were believers, so I just naturally became a priest. I don't care about the teachings at all. Now that Kikuchiba is like this, you hardly ever see people coming to Suho from the church anymore. What's that drone doing? Damn. They found us, even though we were jamming them. Crows, Captain. So they sniffed us out. Look alive, everyone. Crows? And the press. Guys, the Crows will make a big deal out of this. Let's make it exciting. City vision projectors must be broken. Okay. Okay. Kind of scary. Yeah. It's like they're looming up there. Is that something or something? Is there anything more? We have a lot of items. Yeah, good. Let's do this. Let's jump on. Let's jump on to. Wow. Oh my god. Let's find out. Let's get out of here. Number one, let's get out of here. Let's go. And we're here. Oh shit. Come on. Here. Let's get out of here. Like a boss. Oh Mann, da lebt noch einer. Du lebst noch? So, erledigt. Thema gesolved. Na gut. Ist da noch irgendwas versteckt? Irgendwelche Secrets? Oder haben wir hier gar nichts mehr? Ich glaube, das sieht nicht aus, dass da noch irgendwelche Secrets sind. Aber wir sind ja fast am Ziel unserer Mission. Nein, hier ist nichts. Ich glaube, wir sind sogar fertig. Krasse Scheiß. Wir haben es geschafft. Oder auch nicht. Zeig mal die Karte. Wie soll ich da hin? Okay. Das führt dann nach oben. Gut, also wir müssen zuerst da lang. Dann gehen wir geradeaus und dann links lang. Okay. Wir haben eine Route. Let's go. Oh shit. Verreckt doch mal. So. Alter. Alter. Verrecke. Oh shit. Du willst sterben, habe ich gehört. Oh Gott. Danke. Jetzt ist da was. Und erledigt. Ich glaube, wir sind ja fertig. Was gibt es hier noch so zu sehen? Hier muss doch noch was geben. Hier kann nichts sein, Alter. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Aber gut. Kann sein, ne? Guck uns hier. Hier ist das nächste Secret. Ich rieche es. Förmlich. Und ich habe es gerochen und ich habe es gespürt. Es war da. Ich würde mal sagen, wir gehen mal kurz ins Menü. Wir können jetzt aufrüsten. Was wollen wir reingehen? What? Was ist das? Weg ist das? Ich könnte jetzt das gehen oder das gehen? Ich könnte sogar beides nehmen. Geh ich rein. Ich meine, was es stärker macht, das nehme ich gerne entgegen. Oh mein Gott, der stoppt. Der stoppt, der stoppt. Moment. Verrecke. Und BÄM. Auf die Fresse. Und, stirbst du? Ja, Gott. Oh, das ist der nächste. Und noch einer. Und noch einer. Und noch ein Like. Und was. Ich werde mich nicht mal töten, Alter. Eingeölt. Okay. Okay. Weiß ich Bescheid. Da. Verrecke. Ich muss mir was einfach... Und. Und. Verrecke. Oh shit. Okay, gut. Den haben wir uns irgendwo hingeworfen, wo es keiner sieht. Aber ey. Wir haben es geschafft. Wir sind doch. Wir haben es überlebt. Ist nichts. Schade. Aber da ist was. Neh mich mit. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwas tolles ist. Wo ich schon gebrauchen kann. Aber ich finde, sowieso das Design der Städte. Nicht gut. Vor allem, dass man jetzt hier wirklich in so einer schönen Stadt läuft. Wie die aussieht, Alter. Das muss ich wirklich nochmal zusagen. Ganz ehrlich. Beziehungsweise Design. Ja, ich krieg's. Oh. Nächste Stufe. Oh Gott. Da machen wir's eh mal los, Enko. Jo, ich stirb. Danke. Ja, das ist ja mein Gut. Kommt mich retten. Geh mal mit. Moment. Wir sind zwar hier, aber ich komme nicht durch. Können wir das nicht... Können wir da nicht durch? Ich muss mal gucken. Gibt's hier irgendeinen Schalter? Oh, deine Bedingung, die wir erfüllen müssen, um da reinzukommen. Das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Gut. Dann, dann bleib zu. Bleib zu, du scheiß Tor. Geh nicht auf. Lass mich nicht durch. Ich geh eben oben lang. Kann ich auch machen. Ich hab ja auch. Genug Zeit in meinem Leben. Ich hab das Gefühl, jetzt passiert da was Schlimmes. Ja, die Kisten nützt mir gar nichts. Ist da irgendwas noch, was man anbauen kann? Das brauch ich nicht. Da kommt nichts hin. Ich geh da ganz. Geh mal ganz gejitto. Kann doch langsam gehen. Cool. Da, 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 da. Ähm. Okay. Und. Verrecke. Gott. Oh mein Gott. Aufs Maul, mein Lieber. Moment. Gucken wir uns auf die Karte. Wir müssen auf jeden Fall nach links. Ah, wir. Ich will das mal Diage erkunden. Das heißt, hier können etwas sein. Etwas, was. Wenn Secret aussieht. Und ich sehe es da vorne. Mitgenommen, mein Lieber. Mitgenommen. Wir nehmen alles mit. Wir nehmen wirklich alles mit. Das ist sau wichtig bei so den Spielen. Dann gehen wir zu unserem Ziel. Ich bin mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Ich kriege jetzt einen Bosskampf. Ich rieche ihn so hart. Okay, wir sind jetzt oben. Und wir können da nochmal links runter. Und da geht's so zum Bosskampf. Okay. Was ist das an hier? Da ist was. Irgendwas ist hier. Ich fühle es. Ich fühle es so sehr. Ich fühle es so sehr, dass es da wirklich was ist. Kommt man da irgendwie vorbei. Alter, nicht. Oh, da kann ich mich irgendwie durchgeführt schummeln. Nein, klappt nicht. Wäre auch... Moment. Ich habe vielleicht eine Idee. Würde funktionieren. Nee, damit werfe ich noch meine Sachen weg. Nein, die Idee können wir gleich vergessen. Ich kann nicht das. Vielleicht gibt es immer noch einen Move. Ich kann mal gucken. Gibt es sowas vielleicht hier zum Double Jumpen? Oh, wir könnten Double Jump machen. Oh. Oh, das ist ja praktisch. Jetzt könnten wir sogar drüber wahrscheinlich. Wenn ich jetzt das schaffe. Ich brauche jetzt nur... Ich kann nicht drüber. Das Spiel blockiert. Das ist aber geil. Wir können Double Jumpen. Dachte ich, dass er es könnte. Doch, er muss es können. Er ist ein Held. Er muss es können. Es wurde daher... Jetzt ist er wirklich mal praktisch. Jetzt kann er wirklich alles raten. Schmidt. Ich würde sagen, wir können mal kurz in die Option gucken. Bei meiner Ausrüstung. Ob ich mir jetzt noch schnell... Kann ich die Objekte... So. Das passt schon. Ich kann mal Waffen kaufen. Was kann ich mitnehmen? Praktisch. Hast du was im Angebot? Etwas, was mir hilft. Nein, hast du nicht. Du kannst auch gleich das Maul halten. Und mich erst mal speichern lassen. Und dann würde ich sagen... Machen wir noch einen Falk? Machen wir noch einen? Ja, wir gehen nochmal hoch. Ich komme mal kurz auf die Karte. Genau, jetzt kommt der Kampf. Den Kampf können wir so hart. Let's fucking go. Das ist ein Major-Other. Kaptain, Tsugumi. Ein Major-Other hat sich auf den Objektiv. Major-Others sind diejenigen, die in den letzten Jahren verletzten die OSF-Members in der Vergangenheit. Kaptain! Es wird ein paar Minuten dauern, um die resten der Team zu kommen. Es ist vielleicht schwer für Rookies, aber wir halten. Alter, was bist du denn? Okay. Ich werde erst mal gucken. Ich werde erst mal... Hey, ich bin ausgewichtigt, du Kick! Okay, das klappt erstmal nicht. Und? Der Rekke! Oh! Alter! Ach, du Scheiße! Aufgeladen. Und? Komm schon, komm schon, komm schon! Oh mein Gott! Sehr gut! Bring den zum Brennen! Alter, der hasst mich doch jetzt dafür, wortwörtlich. Oh mein... Oh mein Gott! Ah, perfekt. Das war doch gut. Oh mein Gott! Ich werde ihn dazu locken müssen. Komm her! Hier, mein Lieber! Keine Supermesser hier, er springen muss. Komm, spring mich an, du Keck! Das war knapp. Oh, ich habe keine Zeugenergie. Verdammt! Okay, das war knapp. Äh... Ich kann immer noch kämpfen. Komm schon! Oh! Jetzt hier, mein Lieber! Jetzt, Zerrecke! Oh, der Nuss! Oh mein Gott! Jetzt, er brenne, du Keck! Alter, der fühlt sich ja mega cool, Alter! Ah, ich muss ihn jetzt hier abbringen, dass er mich angreift. Hierher, du Vogel! Alter! Oh, no, 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 no! Was kommt da? Oh mein Gott! Er ist down! 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 Er ist down!